hey freunde willkommen zum heute test heute testen wir einen kleinen verbund klein aber fein weil ihr sehr schöne gute sterne habt ihr habt ja schon zusammen gesehen wir haben hier die cakebox 1.0 final colors von volt ist ein kleiner verbund sind zwei batterien aufeinander verleitet mit 72 schuss preislich liegen wir hier oben die worte die haben angezogen im angebot habt ihr für 50 gekriegt jetzt sind sie bei 72 ich mache die preise nicht könnt ihr gerne angucken ist ja bei feuerwerk immer so dass es irgendwo mal angeboten gibt oder nicht ich mache es euch mal auf dass es immer von innen sieht so sieht das ganze dann halt aus sind halt zwei verleitete batterien die holt ihr raus zündet an und habt dann so eure ein paar sekunden spaß ihr werdet sie gleich sehen wir gehen gleich raus zur zündung und der mensch euch viel spaß so 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 So, das ist ein... Bis zum nächsten Mal.